Was die Kekse sind, können wir noch ein bisschen Meff hier machen, neue Ampfe. Scheiß mal 10 Sekunden, geilig. Zehn, kommen noch mal welche, Soda, wie wir haben kein Soda mehr, willst du mich komplett verarschen, willst du mich eigentlich komplett verarschen, wir haben kein fucking Soda mehr, wir haben wirklich kein Soda mehr, ne oder, komm. Ey, das ist doch ein Scherz oder, das ist doch ein Scherz, Soda, wir brauchen Soda, komm weiter, wir haben doch drüben Soda, wir haben doch drüben Soda, komm, 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 komm Nein Komm Scheiß Navi Okay, okay, okay Go, 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 go Ich kriege immer einen Herzinfarkt Wo ist meine Amphi her? Mehl Es fehlt Mehl Nein, wir haben Mehl Nein, wir haben kein Mehl Bist du mich verarschen Bist du mich verarschen Ich kriege einen Herzinfarkt. Ich kriege einen Herzinfarkt. Warte mal. Warte mal. Wir machen das anders. Okay. Jetzt aber. Scheiß drauf. Mann, ey. Ich kriege einen Scheißherzinfarkt, ey, bro. Fuck, bro. Fuck, bro. Fuck, go, go. Aus dem Weg. Aus dem Weg. So. Kekse. Okay, anderthalb Minuten. Schaffen wir. Was fehlt hier? Was fehlt hier? Oh, Gott sei Dank. Mach einfach mal ein paar mehr von denen. So. Aus dem Weg. Die alte Oma da vorne, ey. Ey, Leute. Schau. Das ist meine Kondin. Wieder auf Meffe, oder was? Ah. Schatz, das ist nett und freundlich sein. Warum eigentlich? Die sollen zu mir freundlich sein. Die wollen von mir Stuff. Jo, ich hab die Kekse. Ich hab mir einen Stein von dem Herzen, ey. Das war echt close. Okay. Ich hab den da drüben noch. 20 Ampferflasch. Okay. Oh shit. Geh mal hier lang. Geh mal unten lang. Scheiß drauf. Da die überall die Bönen. Ja, hier. Nimm zwei. Zwei. Was weißt du? Hab ich drei. Bitte. Bein. Ah ja, vier. Drei. Vier. Jo, Alter. Du brauchst dich nicht immer so verstecken, Bro. Ich krieg da Zecken, Mann. Sieben. Für dich. Ciao. Yes. Bye. Ups. Ah. Okay. Na lauf jetzt mal. Ich muss mich jetzt echt beeilen, ey. Fuck, Mann. Verpisst euch. Oh no, ey. Verpisst euch. Ich laufe einfach. Ihr kriegt mich nicht. Ich bin voller Wampfe. Oh shit. Er kriegt mich schon. Doch, wer jetzt hier unterwegs. Ha. Ah, wüsst ich. Du kriegst mich nicht, du Schleißpulle. Ah, wüsst ich. Ich kriege ab. Der kriegt mich niemals. Der kriegt mich niemals. Der kriegt mich niemals. Ah, wüsst ich. Ah, wüsst ich. Du wohnst. Ah. Wüsst ich. Ich sag doch, du kriegst mich nicht. Du dumm Pisser. So. Jo, was geht? Hier, nimm drei. Bye. Okay, later. So. So. Mach mal. Da vorne und links noch. Dann passt das. Oh, das ist so. Trage Weed, Krixe. Hier, bitte. Ciao. An den Einten. War da nur hier wo jemand. Ach, wo war das? Da. Hier. Das meinte ich gar nicht. Ey, yo. Dein Bruder, weil das Sauropi ist hier. Nimm einen zu deinem Bro mit. Meff. Ja. Rei hier. All rein. Gut, du siehst du, amigo. Krix 4. Viel Spaß. Scheiße, Mann. Ich war gerade erst oben, ey. Wichser. Das ist echt Kilometer wegen dem zurück. Das ist nicht normal. Ich gehe zu ihr noch hin. Du wartest auch schon eine Zeit lang, ne? Auch wenn wir nichts ausgemacht haben. Hier, bitte. Hammer Tonight. Ja, kenne ich. Die Lady sagt auch nichts anderes mehr hier. Weiß ich schon. Hey, Lady. Alter. Hier, nimm deine Scheiße und verpiss dich, du unfreundliche Fortsinn. Naja, aber langsam keine Lust mehr hier. Frechheit. Wirklich jetzt, also. Sowas unfreundliches. Jo, was geht? Du kriegst zwei, okay. Danke. Bye. Scheiße, ich muss erst drüber die anderen Fläschchen holen. Ich erzähle, wenn ich so viele verbrauche. Das ist auch immer ein Idiot. Scheiße, muss ich das eine auch noch reinhauen. Aber eines kommt es nicht drauf an. War ich besser. Okay. Scheiße, wo habe ich das? Wo habe ich das? Wo habe ich das? Wo habe ich die hier? Huck, ich habe es vergessen. Wo habe ich die Ampfelfläschchen nennen. Fuck, bro. Fuck, 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 fuck. Wie viel will er? 20. Okay. Okay. Ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt eine Idee. Ich habe jetzt eine Idee. Schau mal, ich will doch immer welche. Ich will doch immer welche. Ich will doch immer dübel. Machen wir das jetzt so. So. So, wie viel Weed haben wir? Ein 100er-Pack. Einmal 18. Jawohl. Perfekt. Perfekt. So. Scheiße, Dünger. Wir haben noch Dünger. So. Perfekt. Die Keks sind alle fertig. Jawohl. Ich habe jetzt hier oben bei ihm. Scheiß drauf. Oh, diese Autofahrt. Nimm mal, ey. Die ficken mich. Irgendwie machen sie mich geil, ey. Oh, alala. Die war hübsch. Richtige Bonita. Andres, ey, mein Lieblingsinfluencer, ey, hola, amigo, schau mal, was ich da habe. Ja, das kann ich für dich tun. Okay, supi. Dann gehe ich mal da rüber. Mach mal die zwei hier. Ja. Und die Bullen eigentlich noch nach mir. Ja. Ja. Tun sie. Fuck, man. Oh, great. You're here. You're the best. Bye. Bye. Jo, Bro, was geht denn? Was willst du? Na klar, ja. Hier ist die Opi-Gang, oder was? Bro Winfrey Gang. Wieder ausruhen, ey. Ich hasse es. Wie machen die da keinen scheiß Weg hoch, Mann? Wie ihr Kilometer zurücklegt, ist ja nicht mehr normal. Da ist jetzt mal sonst niemand, okay. Wie cashen wir eigentlich? Mit 200K, nice. Ja, das war klar. Du bist halt ein sehr schreckhafter Spacko, ne? Rauch mal weniger, Alter. Also wirklich, rauch mal weniger. Okay. Eben, ganz kurz. Du hast ja wieder hier dein Zeug. Okay, irgendwie hast du nichts Neues mehr da, Mann. Ich hau wieder ab. Ohne Scheiße. Jo, was geht? Was brauchst du? Ampfe? Hier kriegst du drei. Spaß. Bye. Schön, best shit ever. Die Leute gefällt unser shit hier langsam. Geil. Brauchst du was? Na, alles gut. Sieh schon, du kommst auch ohne klar. So. Scheiße, Mann. Ah. Es wird wieder gelaufen. Jo, was geht? Hey, you're not a cop, right? Doch, undercover bully. Kriegst trotzdem dein Dope. Jo, was geht, Bro? Ampfe? Kriegste? Ja, kriegst du eins mehr. Jo, was geht? Ja, kriegst du eins mehr. Ja, kriegst du eins mehr. Kriegste? Es geht. Ja, ja, kriegst du zwei. Kommst du wieder? Ja, ciao. Adios, adios, adios. Klar, gerne. Jo. Ist da irgendwas? Drei. Jo, bitte. Danke. Bye. Jo. Jo. 6G Ampfeu einmal. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Gerne, gerne, gerne. Ey, ich sag dir, wenn du nochmal hier oben dealst, dann hau ich dich da runter. Das ist mein scheiß Ernst. Nimm deinen scheiß Weed, Alter, und verpiss dich, du Hund. Ja, du bounc gleich da runter, Mann. Wichser. Die wollen, dass ich in den Knast gehe, Alter. Die wollen mich ficken. Die wollen mich alle ficken. Da stellen sie sich schon wieder zu den Bullen, ey. Oder Idioten. Da. Hey, you're not a cop, right? Nee, aber die kommen da schon wieder. Muss kurz weg. Ja, ich hab jetzt rein. Spaß. Eins. Hey, komm, nimm zwei. Scheiß da. Schenk dir. Bye. Gut. So, Bro. Hier, 3G Weed. Jawoll. Wohl. 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 Der Wexer, Alter. Du hättest was sagen können, Mann. Hey, you lost body. Good to bless you. Jeder liebt meinen Dope, I know. Unser Shit ist eben der beste. Was stehen da jetzt die Bullen? fuck man die wollen mich doch alle verarschen ganz ehrlich warum kommen die eigentlich nicht zu mir nein die Bullen kommen wieder meine Karte ist ja hier ich bin heute im Bunker ich muss mich jetzt kurz hinlegen die Stunde bis die anderen kommen scheiß drauf wir müssen jetzt warten die müssen jetzt einfach warten ja wie läuft's 21k ich glaube die verarschen uns alle drei Kilo braucht er will der mich verfickt nochmal verarschen drei Kilo drei Kilo drei Kilo ich werde langsam richtig angepisst mit denen drei fucking Kilo what the actual fuck what the actual fuck okay ah ja dieses Suhlen von dem Turm ey wir werden alle verstrahlt man werden alle verstrahlt okay fuck off warte mal du hast Ethanol oder ich muss mich jetzt kurz hinlegen ey scheiße man ich muss mich jetzt kurz hinsehen Untertitelung des ZDF, 2020